Herzlich Willkommen zu Smart Factory TV. News für die Fertigungsindustrie in 60 Sekunden. Hierbei unterstützt ein Manufacturing-Execution-System wie Hydra von MPDV. Auf der einen Seite können damit neue Schichtpläne für die Kurzarbeit ganz einfach angelegt werden, andererseits erfasst Hydra auch die Arbeitszeit jedes einzelnen Mitarbeiters. Und damit nicht doch ein Werker länger arbeitet, als er soll, können Mechanismen konfiguriert werden, die den Werker am Ende seiner Arbeitszeit automatisch von der Maschine abmelden, sodass ein Weiterarbeiten nicht möglich ist. Hydra Kunden können wir im Falle von Kurzarbeit sogar remote dabei unterstützen, die nötigen Änderungen am System vorzunehmen.